Sektion Radioverbot, 25. März und er ist wieder zurück. Dennis! Hi! Alles gut? Ja, alles gut. Wir haben es tatsächlich mal wieder geschafft. Viel beschäftigt der Mann natürlich auch in den letzten Wochen. Ja, es lag nicht immer nur an mir. Das ist richtig, es lag auch an uns. Darüber reden wir gleich, bevor wir das aber machen, Freunde. Heute ist der 25. März und das bedeutet der OneFootball, ich nehme die Kamera, der OneFootball Store ist online. Ja, seit heute und Mitternacht gibt es die OneFootball Essentials, Shirts, Hoodies, Socken, Mützen, Beanies und als einzigstes Stück limitiert das neue Sektion Radioverbot Shirt. Dennis, du hast keins, weil es schwarz-gelb ist. Ja, ich wollte gerade schon sagen, frechheit, dass ich das noch nicht habe. Ja, so ist es. Wir haben euch hier unten den Link zum Shop reinkopiert, das ist der OneFootball Store und ich habe es schon mal im Daily gesagt. Wenn ich irgendwann, wenn wir aus diesem Albtraum hier wieder raus sind, der sich Corona-Pandemie nennt und ich irgendeinen von euch im Stadion, in der Kneipe, mit diesem Shirt sehe, dann sind für den Tag Kaltgetränke auf jeden Fall geregelt. Die gehen dann auf mich. Also, checkt den OneFootball Store aus und ja, ich hoffe, ihr kriegt noch eins. Wie gesagt, wenn ihr das hier schaut, ist der Store schon seit Mitternacht online. Ich hoffe, dass das Shirt noch nicht ausverkauft ist, aber ich weiß auch nicht, was ich erwarten soll. Man weiß es ja nie bei sowas. Wie viele gibt es davon? 250 limitiert das da. Dann ist es doch safe weg. Ja, kann schon sein, kann schon sein. Das läuft wie bei der Playstation, dann kaufen Leute und resalen teurer oder so. Die letzten Wochen, fangen wir einfach mal an, das ist richtig, zweimal lag es an uns, aus dem einfachen Grund, dass ein großer deutscher Internetanbieter mit einem V4, eine Firma, die nicht ursprünglich deutsch ist, uns hier ein bisschen Stein in den Weg gelegt hat. Und wir wollten nämlich eigentlich, ich habe mir ein gutes Setup überlegt, wie wir dich hier reinschalten. Ja, Pustekuchen ging nicht. Der Grund dafür war unter anderem auch, dass du in Österreich warst und bei der Wacker zugange warst. Sagt man der Wacker schon? Also die Wacker? Boah, jetzt bringst du mich jetzt. Das beantworten wir nicht, ihr werdet schon selber wissen. Und ich wollte einfach mal fragen, wie läuft es denn so? Ja, gut. By the way, haben wir sehr viele Hörer von Sektion Radioverbot auch in Österreich. Also ich werde immer wieder da angesprochen, dass sie das Format super cool finden. Wie geht es mir? Also sehr gut. Also ich war jetzt zweimal da, vier Tage. Normalerweise war es ja so geplant, dass ich zwei Tage die Woche in Innsbruck bin, aber aufgrund der Pandemie nicht so einfach. Und es macht mega viel Spaß. Und du schnupperst einfach wirklich, du lernst einfach so ein bisschen alles, was man heute so lernen muss, um einen Fußballverein zu führen. Ja, genau. Und vor allen Dingen auf professionellem Niveau. Ich hätte natürlich auch gucken können, dass ich hier irgendwo die Möglichkeit bekomme, reinzuschnuppern. Aber so detailliert wäre das, glaube ich, hier im ersten Moment nicht möglich gewesen. Und ja, so kann ich in jeden verschiedenen Geschäftsbereich reingucken. Also ich gucke jetzt nicht nur in den Sportbereich rein, so das klassische Sportdirektor-Thema, sondern ich gucke in alle anderen Geschäftsbereiche auch rein. Und für mich ist das unbezahlbar. Das Wissen, was ich da mitbekomme. Ich sitze in jeder Besprechung, in jeder Vorstandssitzung, in jedem Personalgespräch. Ich sitze überall mit drin. Und das ist für mich, wie gesagt... Also hat man dir auch wirklich Tür und Tor geöffnet, quasi, nachdem gesagt. Ja, alles. All in. Ja, das ist natürlich eine super Sache. Das ist natürlich... Ja, vor allem, ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt, ich bin ein sehr wissbegieriger und lernwilliger Mensch. Und für mich ist das ein Berufsbild, was für mich in Frage kommt. Und dann ist nichts Besseres, als da so einen Einblick zu bekommen. Und das ist natürlich auch... Die österreichische Liga wurde ja in den letzten 20 Jahren extrem professionalisiert. Und das ist ja jetzt so ein bisschen wie eine Bundesliga im Mikrokosmos. Das heißt, es ist wirklich... Naja, man muss schon sagen, Wacker ist ja mittlerweile in der zweiten Liga. Das ist alles noch ein bisschen kleiner, aber es ist ein Traditionsverein, der schon sehr erfolgreich war. Und dadurch, dass da jetzt ein deutscher Investor auch eingestiegen ist, hat man große Visionen. Und da von Anfang an irgendwie mit dabei zu sein, konzeptionelle Ideen mit dazu zu geben. Da wird auch ein neues Trainingszentrum geplant, neues Stadion. Also das Spektrum, was ich da kennenlerne, ist weit mehr als nur der sportliche Bereich. Und das ist für mich natürlich top. Es klingt auf jeden Fall spannend. Also ich sehe auf jeden Fall die Storys immer ganz gerne, weil... Einfach auch, weil es einfach schön ist. Das Stadion mit dem Panorama, das hat schon was. Ja, immer wenn ich dann wieder so denke, ja, das ist schon optisch einfach ein bisschen geiler, als in Berlin Mittag aufzumachen, so wie ich jeden Tag. Wir müssen ein paar Personalsachen abklappern, die in den letzten Tagen und Wochen passiert sind. Und die erste Sache, fangen wir mal an, ist eine Personalentscheidung, die von deutschen Medien bereits als fix vermeldet wurde und jetzt überhaupt nicht fix ist. Es klang mal so, am Montag war das, Montagvormittagnachmittag, als wäre Xabi Alonso der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach. Und meine erste Frage an dich ist, hat es dich genauso aus dem absoluten Nichts getroffen wie mich? Hundertprozent. Und ich war auch kurz davor zu reposten schon, weil ich dachte, wow, das hat sich für mich auch so angehört, als wenn es schon fix ist. Ja, es wurde auch so vermeldet, muss man dazu sagen. Sowohl Sky als auch Bild, glaube ich, hatten das als ziemlich fix vermeldet. Und ich habe also der zweite Gedanke, nachdem ich dann total überrascht war, wie kommt der jetzt nach Gladbach, war es natürlich geil für die Bundesliga, so ein Spieler. Also ich kenne ein, zwei Leute, die mit ihm gespielt haben, unter anderem auch Khedira, der gesagt hat, dass er einer der inspirierendsten Menschen war und Spieler, die er dann noch mitbekommen hat von seiner ganzen Denke und so. Also das sind Typen, die es überall braucht. Und wenn so jemand in die Bundesliga kommt, umso geiler. Also ich hoffe, dass das stimmt. Also es sieht ja jetzt tatsächlich so aus, also man weiß ja, man ist jetzt schwierig, was man da jetzt glauben kann und soll. Die Informationen, die wir jetzt hier so durchgeschickt bekommen haben, ist einfach, steht noch gar nichts fest, in keinster Form, gibt durchaus andere Kandidaten in Gladbach. Deswegen, das können wir mal, da müssen wir nicht rumspekulieren. Aber über Xavi Adonso würde ich gerne noch ein bisschen reden, weil ich hatte genau dieselbe Reaktion. Meine erste Reaktion war, what? Wo kommt das jetzt her? Mein zweiter Gedanke war, wie geil, wie geil, weil es ist nur einfach ein absoluter Weltstar gewesen, die sind einer der besten Spieler in seiner Generation. Und dann auch ein Spieler, bei dem ich zumindest sofort mir vorstellen kann, dass er als Trainer gut funktioniert. 100 Prozent. Weil er einfach so, ne, erstmal noch relativ jung. Und dann war er ja schon, als er auf dem Feld war, war er ja schon Trainer. Also bei Bayern, unter Pep Guardiola, der ist ja nicht mehr gelaufen eigentlich. Er hat es einfach nur noch, das Spiel gemanagt aus der Mittelfeldzentrale und das absolut brillant. Ja, würde ich bestätigen. Die Sache ist die halt, dass diese zentralen Mittelfeldspieler-Charakter oft ein sehr hohes Maß an Spielverständnis mitbekommen. Sie müssen einen Überblick haben, müssen einen bisschen einen strategischen Ansatz haben. Und so ist er ja bei Pep auch. Er ist ja auch ein zentraler Spieler gewesen. Und Xavi Adonso. Und das war das, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, wo es Sammy mir gegeben hat. Und da hat er das eben auch gesagt. Und er hat mich 100 Prozent bestätigt von dem Bild, was ich sowieso von Xavi Adonso schon von draußen hatte. Er hat ja auch diese Attitude schon so auf dem Platz. Natürlich. Und solche Persönlichkeiten auf der Trainerposition und dann noch in Deutschland, das wäre ein absoluter Checkport. Und es wäre aber auch wieder so ein, für mich fast... Aber wie reagierst du denn? Also sorry, wenn ich dich unterbreche, aber wie reagierst du? Und sitzt du auf einmal in der Kabine als Spieler und dann ist Xavi Adonso dein Trainer? Ey, jetzt weiß ich es nicht. Also wahrscheinlich übrigens, wenn es ein bisschen rumpelt bei euch gerade im Sound, dann kann ich euch nicht sagen, woran es liegt, aber ich höre es auch ein bisschen rumpelt. Ich weiß, woran es liegt. Ja, tatsächlich? Eine Baustelle, eine Riesenbaustelle hier nebenan. Wirklich? Ja. Heute Morgen haben die da Laub geblasen. Und da habe ich mir über Laubblasen nachgedacht. Und am Ende des Tages ist Laubblasen nichts anderes als ein Problem mit viel Lärm und Energieaufwand fünf Meter verlegen. Das hat mich richtig sauer gemacht heute, weil ich wollte die Daily News aufnehmen, habe angefangen zu reden. Naja, das ist ein anderes Thema. Wie reagierst du? Ich weiß nicht. Sag du es mir, wie du reagierst. Ich kann es ein bisschen vergleichen, weil damals, als ich beim HSV war, aber das sind natürlich Spieler, Spieler sind auch was anderes als Spieler, Trainer. Aber es war eine ähnliche Situation. Also wir waren beim HSV und irgendwie ganz plötzlich kam dann die Meldung, dass wir Ruth Van Nistelrooy verpflichtet haben. Ja. Oh ja. Dann auf einmal komme ich an einem Tag in die Kabine. Hat ihr da kein Wort vorher drüber gehört? Kam das wirklich? Nein, das kam plötzlich. Dann auf einmal sehe ich Ruth Van Nistelrooy in der Kabine. Das ist jetzt mein Mann. Also es war ganz komisch, war da auch noch sehr jung, aber ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so ein Spieler, mit dem man immer, genau, Real, dann Manchester United, das ist immer so ein Spieler, wo du als Junge, ich war jetzt nicht so verrückt, Playstation und so, aber wenn ich mal Playstation ein Spiel habe, da war Manchester United immer oder Real Madrid immer eine Mannschaft und da hast du mit Ruth Van Nistelrooy gespielt. Van Nistelrooy war in meinem Kopf auch immer der Typ, der war einfach für mich, der war automatisch. Mein Gedanke war, okay, wenn Van Nistelrooy den Ball im 16er irgendwie bekommt oder beim Elfmeter, dann ist es Tor. Ja. Ja, aber das muss doch geil sein. Ja, war auch geil. Aber im ersten Moment denkst du, ist das real so? Was soll das? Ich denke, so ähnlich wird es bei Xavier Alonso auch sein. Natürlich über die Strecke musst du auch Qualität liefern, ist auch klar, weil dieser Respekt geht auch ganz schnell weg. Und vor allem wäre er jetzt ein Trainer, wenn er dann kommen würde, sollen, was auch immer, scheißegal, ich weiß, ich glaube, dass es ein Trainer ist, dass wir selten einen Trainer hätten in der Bundesliga, der mit so viel Vorschusslaubern und so wenig Leistung als Trainer irgendwo anfangen würde. Ja, das ist auch eine Gefahr, ne? Ja. Du kannst ja eigentlich, ja. Du wirst halt immer damit verglichen mit deinem sportlichen Erfolg, dass du den auch als Trainer hast. Ist 100 Prozent was anderes. Das sage ich auch immer ganz vielen, die sagen, ja, wie ist das jetzt, wenn du kein Profi bist und andere Sachen. Weil du gehst ja immer mit dem Ansatz ran, ich will genauso gut und erfolgreich sein wie als Profi. Klar. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du musst wieder bei ganz, nicht bei Null, weil wenn du so eine lange Karriere hast, dann hast du viel Wissen, gerade als Trainer, dann hast du schon Wissen, was andere nicht haben. Aber es kommt schon noch auf ein paar andere Dinge an, als nur das Wissen, wie es auf dem Platz sich anfühlt. Und da muss er dann auch liefern, ne? Also es wäre geil, imagetechnisch und alles und auch, ich bin ja mal so ein Freund von Typen, weil am Ende guckt man ja Fußball auch wegen diesen Typen. Safe. Wäre geil, wenn er in der Bundesliga wäre. Ach, also Xabi Alonso an der Seitenlinie, das fände ich einfach nur übertrieben geil. Ich habe dann auch, ich glaube, als Sky das dann verkündet hat, da war er auch so mit Anzug und so, das weiß ich nicht, der strahlt einfach was aus, finde ich. Also ja, ganz im Ernst. Xabi Alonso, glaube ich, könnte immer, weißt du, als der zu Bayern gekommen ist, was passiert bei Bayern immer mit als erstes? Fotoshooting in Lederhosen. Jetzt sehen 80% der Spieler natürlich komplett peinlich aus in Lederhosen. Und Xabi Alonso spricht kein Wort Deutsch, hat in seinem Leben wahrscheinlich noch nie ein Weizenbeer gesehen und zieht die Lederhosen an und du denkst, mhm, sieht gut aus, sieht gut aus. Das sagt schon alles aus. Der Typ kann, glaube ich, absolut alles tragen. Aber die Frage ist ja, wäre für mich so ein bisschen, wenn du noch so relativ frisch raus bist und nun auch ein Spieler bist, der wie Xabi Alonso absolut alles gewonnen hat, was es gibt. Alles, alles. Ist es vielleicht nicht sogar schwierig, wenn du dann in eine Mannschaft kommst, die Gladbach jetzt auch ein paar Probleme hat, trotzdem eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber glaubst du, es ist so einfach zu akzeptieren, dass die Spieler nicht das liefern können, was du liefern konntest? Glaubst du, man projiziert sich da als Trainer so rein und denkt, ich habe das doch auch gemacht, wie schwer kann es sein? Glaube ich nicht. Aber es ist natürlich schwer, die Entscheidung zu treffen, wann gehe ich den nächsten Schritt. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich will jetzt nicht Trainer werden, aber ich will in einem anderen Bereich. Und jetzt ist die Frage, wenn jetzt morgen kommen würde, keine Ahnung, Schalke 04 oder keine Ahnung, würden sagen, hey, wir können uns vorstellen, keine Ahnung, dass du in dem Geschäftsbereich dabei bist. Du könntest jetzt sofort die Position übernehmen. Sofort übernehmen, dann ist meine Abwägung, okay, ist das jetzt der richtige Schritt zur richtigen Zeit oder gehe ich erstmal lernen und komme dann rein, wenn ich ready dafür bin. Auf der anderen Seite kann es gleich eine Riesenchance sein, zur richtigen Zeit, wenn ich zurückdenke, Horst Held war Spieler und dann hat ihn Magath, glaube ich, sofort direkt reingehauen. Er ist heute noch da und macht einen guten Job. Also das ist immer die Abwägung, die du als Spieler hast, gehe ich den Schritt jetzt schon so früh oder nicht? Und Xabi Alonso trainiert jetzt, glaube ich, eine zweite Mannschaft, richtig? Ja, ja, genau. Also er hat eigentlich noch so viel Zeit, Geld braucht er auch nicht, also er hat noch so viel Zeit zu lernen, dass es auch für ihn, glaube ich, keine einfache Entscheidung dann... Glaube ich auch, glaube ich auch. Das ist übrigens ein spannendes Thema, mit dem gehe ich direkt rein oder nicht, ich habe darüber Lust, es ist komplett off-topic, aber ich erzähle es jetzt einfach kurz. LeBron James ist ja nun einer der allergrößten Sportstars auf diesem Planeten und der hat ja seine Crew aus seinen Highschool-Teammates, die hat er ja so zum Manager gemacht und zu seinen ganzen wichtigsten Leuten, ne? Und jetzt sollte man, mein erster Gedanke, als ich es gelesen habe, war, wow, gefährlich. Einfach nur, das sind natürlich deine Freunde und so, aber gefährlich, wenn du die einfach in wichtige Positionen, die schieben viel Geld rum und sowas, kann schief gehen. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat den ganzen, er hat dafür gesorgt, mit seinem Einfluss und seiner Power, direkt am Anfang seiner Karriere hat er gesagt, okay, du gehst jetzt drei Jahre zu Nike, lernst alles, du gehst drei Jahre zu meinem aktuellen Manager oder meinem aktuellen... und hat alle seine Jungs platziert, nach drei Jahren zurückgeholt und hat daraus ein absolutes Power-Team gehabt. Geil. Einfach eine geile Nummer, wirklich. Da muss man generell sagen, also ich weiß nicht, am ESPN-Player, den kann man auch in Deutschland für 10 Euro abonnieren, da ist gerade eine Background-Story on the Decision, das ist, wie LeBron vor zehn Jahren seine Free Agency gemeistert hat und es lohnt sich einfach sehr, das zu gucken. Geil. Weil dieser Typ einfach schon, der hat einfach eine ganze Generation der NBA-Spieler verändert in dem, wie sie ihre Karriere angehen und wie sie es behandeln und das finde ich einfach übertrieben faszinierend. Geil. Naja. Geiler Ansatz aber. Ja, einfach geil. Musste ich nicht, aber das ist... Einfach gut gedacht und du musst dir vorstellen, der Typ war damals Anfang 20, als er diese Entscheidung betroffen hat. Das ist visionär, weißt du, Anfang 20... Ja. Der wusste scheinbar schon genau, wo er hin will und wo er hinkommen wird, ne? Ja. Der hat auch, das haben sie auch in diesem, der hat auch mit Anfang 20 immer schon gesagt, an die Leute gefragt, ja, wo willst du denn spielen? Welche Teams findest du interessant und in welchen Spielern willst du spielen? Und er hat einfach mit Anfang 20 gesagt, ich will natürlich mit guten Spielern spielen, aber ich bin mir sicher, dass ich so gut bin, dass die Teams, in denen ich spiele, Meister werden können. Und das war ja auch so. Das ist einfach, dieser Typ hatte von Anfang an so eine verrückte Vision von sich selbst und es hat alles funktioniert. Geil. Ich wollte schon sagen. Zurück zu Gladbach. Max Eberl. Das ist ja bei Gladbach der sportliche Macher und ich glaube, da sind wir jetzt eigentlich einer der besten Manager in der Bundesliga. Ich glaube, die Entwicklung von Gladbach kann man nicht anders deuten in den letzten Jahren. Und ich habe dann darüber nachgedacht und jetzt möchte ich vielleicht auf den falschen Fuß. Aber welchen anderen Vereinen außer Gladbach würde man so einem Move zutrauen, ein Xabi Alonso aus der zweiten Mannschaft von Sociedad, glaube ich, oder ist sein Sebastian, rauszuzaubern und zu sagen, da ist er, das ist unser neuer Mann. Und ich bin nicht auf viele gekommen, denen man das zutrauen würde. Ne, das stimmt. Also, weißt du, ich kann mir komplett vorstellen, dass er irgendwann Bayern-Trainer wird. Ich weiß, dass Karl-Heinz Rummenigge eine ganz, ganz hohe Meinung von ihm hat. Ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hat letztes Jahr irgendwann gesagt, dass er ein geborener Trainer ist. Aber entweder werden Mannschaften nicht attraktiv genug oder nicht kreativ genug. Aber würdest du denn, ich weiß nicht, als Zwischenstation zwischen da, wo er jetzt ist und Bayern-München, ist eigentlich Gladbach nicht für mich. Sondern, wo würdest du hingehen? Wenn du freie Auswahl hättest? Sagen wir mal, du bist Xabi Alonso. Sagen wir, du wärst es und dein Ziel ist, du willst in fünf Jahren Bayern-Trainer werden und du bist jetzt, wo du gerade bist, zweite Mannschaft. Würdest du dann versuchen, in Spanien in die erste Liga zu kommen? Findest du nicht, dass Bundesliga dann... Ja, aber ich würde dann nicht Gladbach machen, glaube ich. Das ist schon... Weiß nicht, ich glaube, dass das schon eine Nummer zu groß ist. Aus meiner Sicht wäre es fast eine Nummer zu groß. Also fehlt dir noch ein Zwischenschritt zwischen... Aber wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, das ist halt eine schwere Entscheidung. Ich würde jetzt heute nicht sagen, dass ich in meinem Beispiel bleibe, dass ich das dann nicht machen würde. Ja, 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 klar. Aber es ist jetzt kein No-Brainer. Ich würde es schon genau abwägen und da musst du natürlich auch... Das hat sehr viel mit Reflexion zu tun. Wie schätzt er sich selbst ein? Wie glaubt er, wie weit ist er? Ich weiß jetzt nicht, wie lange ist er denn schon Trainer überhaupt? Kann ich... So lange kann es nicht gewesen sein. Aber nee, tatsächlich kann es nicht lange sein. Aber vielleicht sieht er... Ich meine, manche Leute, die merken dann, dass sie dafür geboren sind. Da reichen ein, zwei Jahre, um zu sagen, okay, ich weiß, worauf es ankommt. Ich habe meinen totalen Stil gefunden, wie will ich mit Spielen umgehen, mit dem taktischen Stil etc. Dann kann das auch der richtige Schritt sein. Aber ich würde jetzt... Keine Ahnung. Ich würde fast sagen, dass das ein Schritt zu groß ist dann direkt. Also er war 18, 19, war er Jugendtrainer bei Real und seit 1920 ist er von der zweiten Mannschaft von Real Sociedad der erste Trainer. Jetzt 47 Ligaspiele, 1,72 Punkte im Schnitt. Nicht so viel, oder? Ja, es ist mehr als die meisten Leute, die lange in der Bundesliga trainiert haben, aber wenn du jetzt nicht Bayern trainiert hast. Aber eigentlich wäre doch der der geborene Nachkommen dann bei Real, oder nicht? Aber ich habe so das Gefühl, aber Real, ich weiß nicht, ob Real nicht eine ganz schön undankbare Aufgabe sein könnte im nächsten Jahr. Wo hatte er denn seine längste Zeit? Ich würde sagen, ich kann nachgucken, gefühlt würde ich sagen insgesamt am längsten für Real. So, wir schauen mal. Also Sociedad natürlich, von Sociedad war er von 2000 bis 2004, dann zu Liverpool, 2009 nach fünf Jahren zu Real, nach wiederum fünf Jahren zu Bayern und dort dann drei Jahre gewesen. Bei Bayern im Rücktritt. Ich sage immer, deine Vergangenheit und Historie in einem Verein spielen natürlich auch immer eine Rolle, ne? Du bringst Liverpool, Real, Bayern als die... Kann man machen. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass er wesentlich länger bei Real gewesen ist. Ich auch, gefühlt auch. Ich hätte nicht gewusst, dass es 2009 bei Liverpool war. Ich dachte irgendwie so, 2007 hättest du mir gesagt, hätte ich unterschrieben wahrscheinlich. Und dann, ups, hier neulich mal ein Turnhaus. Also ja, es ist schwierig. Ich würde mich trotzdem insgesamt freuen. Aber, wie gesagt, aus seiner Sicht ist das jetzt eine Entscheidung, die auf jeden Fall, die kann auch im Zweifel, so eine Entscheidung kann dich auch komplett zerreißen, ne? Nach ein, zwei Jahren. Stell dir vor, es geht komplett in die Hose. Also, die spielen so wie jetzt die letzten, jetzt mal das letzte Spiel gegen Schalke ausgenommen und kommen richtig schlecht rein. Und nach zehn Spieltagen, dass Max Eber in der Position mal sagen muss, gut, wir haben drei Punkte, Leute. Dann war es das relativ schnell mit der Coaching-Zumindest-mal-Deutschland-Karriere von Javier Manse, ne? Auf der anderen Seite kann das natürlich auch in dem kleineren Zwischenschritt passieren, ne? Muss man auch wissen. Ailen geht immer. Du kannst immer hinfallen. Also, am Ende liegt es an ihm. Was traut er sich zu? Was glaubt er? Wie weit ist er? Und dann, ich gehe davon aus, dass er aus seiner Karriere eine große Portion Selbstbewusstsein mitbringt. Und dann sind wir mal gespannt, für was er sich entscheidet. So ist es. Weiter geht's bei, ja, nicht mal so weit von Gladbach, es geht weiter in Leverkusen. Die haben sich von Peter Bosz getrennt. Und das ja nach einem schon sehr, sehr schwachen Phase. Seit Anfang Dezember läuft's, glaube ich, nicht mehr bei Leverkusen. Nach dem 12. Spieltag waren sie Tabellenführer. Und davon könnten sie jetzt, doch, sie könnten weiter entfernt sein, aber sind weiter von entfernt. Und Peter Bosz also wurde Anfang der Woche entlassen. Und das Verrückte war für mich, dass es ganz starke Reaktionen gab in beide Richtungen. Es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, überfällig, nicht lernfähig, spielt denselben Fußball, macht denselben Fehler, seit er bei Dortmund war. Und dann gab's welche, die sagen, wie sollen die denn einen besseren Trainer finden als Peter Bosz? Wo bist du da, auf dem Spektrum anzusiedeln? Also ich bin auf keinen Fall da, dass ich sage, ja, absolut überfällig gewesen. Weil ich erinnere mich zurück, du hast es vorhin schon angesprochen, ich glaube, 19. Dezember. Ja. Spiel gegen Bayern München. Sie gehen 1-0 in Führungsspiel, eine super erste Halbzeit. Und Bayern kippt es dann noch. Und ich glaube, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, wären sie Tabellenführer gewesen. Nachher hätten Bayern überholt. Und jetzt überleg doch mal, was dazwischen... Das sind drei Monate. Wirklich? Und die Stimmung von, wir sind, damals war der Begriff Bayernjäger Nummer 1. Ja, und wir sind eine Spitzenmannschaft. Und ich erinnere mich so sehr daran, weil ich da auch ab und zu bei Sky war und darüber gesprochen habe, wie super doch Leverkusen sich jetzt entwickelt hat und wie stabil sie doch sind. Und jetzt, drei Monate später, tue ich mich extrem schwer zu sagen, das macht alles keinen Sinn. Er ist total nicht lernfähig. Ich weiß nicht, tue ich mich extrem schwer. Das ist zu nah beieinander. Klar sind die Ergebnisse nicht gut gewesen. Und er hätte sicherlich auch ein bisschen mehr reagieren können. Kann sein, aber das wissen wir ja beide nicht. Das wissen wir beide nicht. Also warst du bei der Trainingseinheit dabei? Nein, war ich nicht. Aber was ich sehe ist, dass sie auf dieselbe Art und Weise ihre Gegentore bekommen mit der Dreierkette, die in der gegnerischen Hälfte steht und dann einfach einen langen Ball überlaufen wird. Ich finde es halt manchmal ein bisschen zu einfach, weil das Personal ist dasselbe nahezu wie aus der Hinrunde und dann den Ball immer sofort dem Trainer zu schieben. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind da sehr kompetente Leute in der Geschäftsführung bei Leverkusen. Die werden ihre Gründe haben. Die stecken nämlich jeden Tag im Training. Aber drei Monate dazwischen und jetzt zu sagen, das ist mehr als überfällig, finde ich zumindest fragwürdig. Also du hast übrigens vollkommen recht gehabt mit deiner Einschätzung. Es war die Niederlage gegen Bayern, die war am 19. Dezember und vorher hatte man 4-0 gegen Köln gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen und dann verloren gegen Bayern, gegen die Eintracht, dann Bremen und die Union, ab da ging es bergab. Also du hast vollkommen recht. 19. März, ziemlich genau drei Monate und wir sind von, können die die Bayern ärgern zu, der Mann muss sofort weg. Ja und ich bin sowieso kein Freund von Extremen, die leider sehr oft im Fußball stattfinden. Oh ja. Ja, also sagen wir es mal so, ich bräuchte viel mehr Informationen, um das beurteilen zu können, aber ich bin auf keinen Fall bei denen, die sagen, ja, viel hätte schon lange passiert sein sollen. Ne, ich auch nicht. Ich glaube schon, also meine Einschätzung ist, dass ich glaube, man musste jetzt reagieren in irgendeiner Form, weil einfach die Gefahr, dass man auch aus Europa noch rausfällt, sonst zu real wird irgendwie. Ja, aber das andere, wenn du ihn jetzt kippst, ist das denn eine Garantie dafür, dass es nicht passiert? Überhaupt nicht, darüber reden wir gleich noch, über das neue Trainerteam. Das bleibt nämlich auch sehr spannend. Ich bin komplett bei dir. Vor allem, weil ich auch finde, man dem Leverkusen-Kader, so toll der ist in der Offensive, ist er genauso dünn ist er halt auch. Da fallen ein, zwei Leute aus und dann wird es schwierig. Aber was ist halt bei Peter Bosz, ich hatte halt schon den Eindruck, und da war für mich dieses Hertha-Spiel jetzt vom Wochenende auch nochmal ein ganz klarer Indiz dafür, das waren wieder dieselben Tore, die man da gefallen hat, übrigens von Hertha brillant gespielt in Phasen auch, aber ich hatte schon so den Eindruck, wenn man ein ganz bisschen mehr sich auf den Gegner einstellen würde und ein bisschen weniger sagt, wir spielen unseren Stiefel, hätte man vielleicht mehr Erfolg haben können. und ich hab da vielleicht, ist Bosz so ein Trainer, my way or highway, weißt du, wir ziehen das durch und wir fahren damit entweder ins Paradies oder an die Wand. Vielleicht ist das halt einfach so ein bisschen sein Stil, ne, und ja, also ich... Aber der Stil hat ja nahezu sechs Monate super funktioniert. Und dann gar nicht mehr. Und dann gar nicht mehr, ja. Entweder entschlüsselt, oder? Das glaub ich nicht. Zumindest nicht so extrem, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also es würde mich mal interessieren, vielleicht kann ich da mal ein bisschen reinhören, weil in der nächsten Folge können wir da vielleicht nochmal drüber reden. Es würde mich mal interessieren, was da hinter den Kulissen... Glaubst du, da muss auch irgendwas irgendwie passiert sein? Ja, ich glaube schon. Also innerhalb der... Weil ganz ehrlich, du machst dich doch auch als Verantwortlicher unglaubwürdig, wenn du vor drei Monaten hinstehst und sagst, ja, wir sind eine Spitzenmannschaft, wir glauben, dass wir, keine Ahnung, Champions League Bayernjäger sind und jetzt drei Monate später deinen Trainer feuerst. Ja. Das machst du dich auch unglaubwürdig. Also irgendwas, glaube ich, muss passiert sein hinter den Kulissen und scheinbar ist es so, dass sie ihm dann auch definitiv nicht zugetraut haben, dass er den Turnaround wieder schafft. Es kann ja auch, häufig ist ja dann auch so eine Spirale, dann fängt es erst an mit schwierigen Ergebnissen und dann kommen andere Sachen und dann nimmt das so eine Fahrt auf, dass es schwierig ist. Ja. Es ist so, es ist für mich schwierig und meine wirklichen, wenn ich nur aufs Feld gucke, auf das, was ich von Leverkusen in den letzten drei Monaten gesehen habe, ist meine Einschätzung ein bisschen Unwille sich anzupassen, der war ein bisschen zu groß. Wenn er ein paar Sachen hätte tweaken können, wenn man einfach nur guckt, wie häufig ein Jonathan Tarr sich im 1-gegen-2-Lauf-Duell mit Stürmern befindet, er ist ja schnell, aber die noch schneller sind als er, das ist einfach eine schwierige Situation für ihn. Zum Beispiel, ich glaube, dass Jonathan Tarr, der tut mir richtig leid, weil der kann an dem System überhaupt nicht glänzen von Peter Bosz, der kann eigentlich nur zum Sündenbock werden, wenn es nicht läuft. Ich glaube, dass man auch in der Hinrunde wahrscheinlich sehr viel überperformt hat, dass die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt, aber natürlich wird man den Erwartungen nicht gerecht. Ich glaube, man ist sieben Punkte weg von dem Champions-League-Platz, das ist natürlich nicht das, was der Anspruch von Bayern 04 Leverkusen ist. Sieben Punkte, ja. Ich bin gut informiert. Ja, du bist komplett an den Flieg mit allem, was du gesagt hast heute genau richtig. Aber ich glaube halt, dass man auch manchmal ein bisschen mehr, erstens Verantwortung auch für das, was man sagt, übernehmen sollte und auch, ich bin Freund der Kontinuität, aber wie gesagt, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert. Ich vermute, dass irgendwas vorgefallen ist, was dann wirklich zum Bruch geführt hat. Wir werden es hoffentlich noch rausfinden. Jetzt gibt es einen neuen Trainer und ich weiß nicht, wie du reagierst, weil du den Namen gehört hast. Sehr überrascht. Also, ich auch. Ich kenne ihn ja auch gut. Aber du hast ihn nicht, hast du unter ihm trainiert? Ich habe unter ihm trainiert, ja klar. In Stuttgart. Ah, in Stuttgart dann. Ich habe nämlich gestern kurz nur überflogen, habe gesagt, in Hamburg habt ihr euch safe verpasst, aber in Stuttgart. Hannes Wolf. Jemand, von dem übrigens Dortmund-Fans sagen, hätte der mal noch zwei Jahre die Füße stillgehalten, wäre der heute Headcoach bei Dortmund gewesen. Wäre er das heute. Weil man scheinbar in Dortmund eine sehr, sehr hohe Meinung von ihr hatte. War beim HSV, war beim VfB Stuttgart, war bei Anderlecht. Anderlecht? Ne, bei Brügge. Bei Brügge, richtig. Und zuletzt beim DFB. Was dazu erstmal auffällt, ist dafür, dass der Mann keinen herausragenden sportlichen Erfolg hatte, hat er in hoher Abfolge gute Jobs bekommen, was ja häufig ein Zeichen dafür ist, dass der Mann ein Fachmann ist. Würdest du als ehemaliger Spieler dazu unterschreiben? Ich finde es gut, dass du das gesagt hast, was das Dortmunder Umfeld sagt, weil das ist genau das, was ich auch sagen würde, wenn ich über ihn spreche. Hochtalentiert, glaube ich. Fachlich super. Aber ich glaube, dass er, und da dreht sich der Kreis wieder, dass er die Schritte, die wir vorhin angesprochen haben, wann mache ich welchen Schritt zuerst, dass er da ein paar Schritte übergangen ist und deshalb jetzt insgesamt schlechter dasteht, in Anführungszeichen, mein Trainer von Bayer 04 Leverkusen, aber insgesamt schlechter dasteht, als er hätte können, wenn er seine Karriere ein bisschen anders und langsamer aufgebaut hätte. Man könnte, wenn ich das mal formulieren darf, er hätte nicht zum HSV gehen sollen? Ja, aber es hat nichts mit dem HSV zu tun, sondern es hat mit der Größe des Vereins zu tun. Also jetzt nicht mit dem unruhigen Aufwand. Es hat vielleicht zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen was mit dem HSV zu tun, oder? Es war ja nun auch eine unruhige Zeit, als er da hingekommen ist. Ja, aber ich meine, danach ist er zum VfW Stuttgart, das ist jetzt auch nicht, also die Auswahl ist schon, da muss man zumindest mal ein Fragezeichen setzen, das wären jetzt nicht die ersten Vereine, die ich als neuer Trainer anstreben würde. Aber da sind wir wieder bei der Frage, er wird sich auch gefragt, wie oft kriege ich diese Chance noch? Soll ich sie nutzen, ja oder nein? Ist es zu früh, ja oder nein? Er hat sich dafür entschieden. Im Nachhinein, glaube ich, würde er auch sagen, ich hätte vielleicht kleiner anfangen sollen, weil über allem steht, dass er meiner Meinung nach sehr talentiert ist, sehr viel mitbringt, was es braucht, ein guter Trainer zu sein. Und dazu will ich kurz anmerken, du bist jemand, der hier auch genau in diesem Format schon Trainer hart kritisiert hat und gesagt hat, es gibt wenig gute Trainer. Ja. Und er ist für dich ein guter Trainer. Ja. Er hat halt, ich glaube, er hat gerade in der Stuttgarter Zeit Dinge, es war ja seine erste Station, nicht der HSV war seines, VfW Stuttgart war die erste Station. Aha, glaube ich, gut, dass du es sagst. Mhm, mhm. Und er hat da halt noch viele Dinge gemacht, die man so vielleicht im Profibereich nicht so macht, so Jugendsachen, dass man sich in so Kleinigkeiten verbeißt und die dann voller Ehrgeiz irgendwie und sich da drauf aufhängt dann und immer wieder nachgeht und nachgeht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er hat da ein paar Fehler gemacht oder Anfängerfehler, will ich es jetzt gar nicht, das hört sich so negativ an. Der Mann ist 39 Jahre alt, der hat als Fußballtrainer jedes Recht der Welt, Anfängerfehler zu machen. So. Insgesamt aber muss ich sagen, dass ich glaube, dass er wirklich das Zeug dazu hat, ein richtig guter Trainer zu sein. Und ich muss dazu sagen, dass ich auch immer noch eine hohe Meinung von ihm habe. Zum Teil bestimmt auch den Vorschusslorbeeren, mit denen er gekommen ist, mit denen er auf die große Bühne gekommen ist, weil man hat ja schon über ihn gesagt, dass es einer der größten Trainertalente ist in Deutschland. Das ist ein schwieriges Wort. Wo hat man das gesagt? Als er, ich meine, als er beim VfB Stuttgart angeheuert hat, auch noch beim HSV, war es schon so, von den jungen deutschen Trainern war das sicherlich ein Hoffnungsträger. Das war schon mein Eindruck immer. Und jemand, der eben aus dieser, im positiven Sinne, Laptop-Trainer-Schule kommt. Jemand, der Fußball ein bisschen weiter durchdacht hat als Medizinbälle und diese klischee-mäßigen Felix-Maggert-Geschichten. Was ich aber jetzt wirklich spannend finde, ist, die Assistenztrainer, die er sich reingeholt hat. Weil er hat Peter Herrmann reingeholt. Das ist nun sicherlich einer der erfahrensten Co-Trainer, die du in Deutschland so haben kannst. Einer der besten. Also den hatte ich ja auch erlebt, den auf Schalke. Ja, und genau, das sagt man immer, man hört nur Gutes über Peter Herrmann. Peter Herrmann ist, glaube ich, der Traum eines Co-Trainers. Und jetzt noch Miguel Moreira, das kam heute, mit dem hat er beim BVB, glaube ich, schon zusammengearbeitet. Und mein, da sagt, was ich da einfach sehe, ist, er holt sich einen super erfahrenen Co-Trainer rein und einen, von denen du große Meinung hast. Jemand, mit dem er schon mal gearbeitet hat. Ich habe das Gefühl, er versucht sich schon ein bisschen ein ruhiges Umfeld, was ein bisschen was abfangen kann und ihm helfen kann, da aufzubauen. Hannes ist ja ein sehr intelligenter Mensch. Und ich glaube schon, dass er auch reflektiert ist und versucht, okay, was habe ich gelernt aus den Stationen, wo ich vorher war und was kann ich vielleicht in Zukunft besser machen. Diesen Move, einen Peter Herrmann dazu zu holen, anderen kann ich nicht beurteilen, ist, glaube ich, das Beste, was er hätte machen können. Weil genau die Sachen, die er nicht oder zumindest damals nicht können konnte, die kann Peter Herrmann ihm perfekt reflektieren. Weil ich glaube, es gibt kaum einen Co-Trainer, der so eine Erfahrung hat und kann ihm da immer wieder Feedback geben, was er aus seiner Erfahrung ihm raten würde. Und ich glaube, die Kombination kann schon sehr gut sein. Also es würde mich super freuen, wenn Hannes Erfolg hat. Weil ich glaube, dass das ihm gerecht wird dann auch. Was für einen Fußball können wir erwarten? Intensität. Ich glaube, das ist sein absolutes Lieblingswort. Ja? Fällt häufig im Training? Vielleicht war es das, was mir manchmal dann nicht so gepasst hat in der Zusammenarbeit. Also ich glaube, wir kamen gut aus, aber ich war jetzt nicht der Spieler, der die größte Intensität hat, die er sich gewünscht hat, weil er ist schon ein Vollgas-Trainer. Ja. Auch im Training immer Vollgas? Vollgas. Also wenn du dir mal zehn Minuten nimmst, dann kriegst du es. Genau. Und ich bin ja zum VfB eigentlich schon als erfahrener, älterer Spieler gekommen. Da willst du dich im Training schon ab und zu mal ein bisschen zurücknehmen, damit du eben am Wochenende deine Körner irgendwie... Keine Option. War bei ihm nicht ganz so einfach. Also ich glaube, wir können uns auf sehr mutigen, offensiven, aggressiven und intensiven Fußball freuen. Das ist ja... Wenn man sich das gesamte Ding Leverkusen jetzt anschaut, das gesamte Paket, den Kader finden wir beide, glaube ich, super spannend. Ja. Jetzt dieses Trainergespann da noch. Und ich muss es nochmal sagen, als ich da gehört habe, Peter Herrmann kommt dazu, da hat natürlich sofort gedacht, boah, das klingt natürlich jetzt schon nochmal deutlich spannender. Weil wenn jetzt... Ich weiß jetzt gar nicht, was er sonst noch an Co-Trainer hat. Das wirst du wahrscheinlich besser wissen. Aber... Die hat er auch aus der A-Jugend. Ja, so. Ah, Miguel, natürlich, den kenne ich ja bei in Stuttgart ja auch. Aha. Fällt mir jetzt. Der ist jetzt heute dazugekommen. Entschuldigung, Miguel, falls du das... Ich wollte dich nicht vergessen. Ist jetzt heute auch an Bord. Aber weißt du, du sagst nämlich was ganz Wichtiges. Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Und er hat... Oder das ist jetzt der Eindruck. Und er guckt, was kann ich besser machen. Das ist eine Sache, nochmal kurzer Seitenhieb, die man bei Leverkusen-Trainer in der jüngeren Vergangenheit gerne häufiger gesehen hätte. Ups, ich habe es wieder getan. Aber er ist ja jetzt offiziell nur als Interimstrainer bis Ende der Saison eingestellt. Ich kann absolut, sehe ich eine Welt, in der er bei Leverkusen, wenn es läuft, seine erste erfolgreiche, längere Stelle hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich wünsche es ihm von Herzen, weil er ein guter Kerl ist und ich glaube, ich wiederhole es nochmal, er sehr talentiert ist, aber es steht auch wieder auf dem Spiel für ihn, nach meiner Auffassung. Weil ganz ehrlich, du warst beim VfL Stuttgart, hat nicht so richtig funktioniert. Aber ein großer Klub, ein großer Klub. Du warst beim HSV, hat nicht richtig funktioniert. Du warst im Brügge, auch internationales Geschäft. Hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt kommt es zu Bayern 0. Also was soll da auch noch? Viel mehr Kugeln hat man nicht im Podcast. Also ich wünsche es ihm wirklich von Herzen, dass es funktioniert, weil ihm das dann nochmal extrem helfen würde im Trainerranking. Und ich bin auch gespannt, wenn es funktioniert, ob er dann wirklich so still und heimlich wieder zurück zum DFB geht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dann wird es sogar... Ja, ich will nur damit sagen, ich habe ein Interview gelesen von meinem lieben Freund Joti, den kenne ich ja auch schon ewig aus den unherzweifenden Schranken, der jetzt beim DFB relativ hoch gestellt ist. Ich glaube, ich habe auch Assistent von Oli Bierhoff und auch zuständig für die ganzen Jugendtrainer. Und da habe ich ein Interview gelesen, dass er sagt, ja, es ist ein Win-Win für beide Seiten, weil Hannes lernt jetzt nochmal auf hohem Niveau, sammelt Erfahrungen und kommt dann zurück, die er dann einbringen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Teil des Deals natürlich ist, dass wenn das funktioniert, dass man da irgendeine Regelung findet. Davon würde ich auch stark ausgehen. Aber auf der anderen Seite, das hieße ja im Umkehrschluss, dass sogar wenn es nicht funktioniert, er zurück zum DFB kann. Und das heißt, dass der Deutsche Fußballbund eine hohe Meinung von ihm hat und das ist nun auch nicht verkehrt. Das stimmt. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Es geht am Wochenende übrigens gegen Schalke für Leverkusen. Viel dankbarer kann es nun wirklich nicht sein derzeit. Wir wollten eigentlich gar nicht über Schalke reden, aber dass die so zerbröseln... Mir fehlen wirklich die Worte. Und ich wage zu bezweifeln, wenn die Saison so dahin plätschert, dass man dann nicht schon wieder über eine Trainerposition reden muss. Für mich, also ich sage es dir ganz ehrlich, wenn du guckst, wie zahnlos Schalke gespielt hat die letzten beiden Spiele. Gegen Mainz war er das erste, da haben sie zumindest defensiv gestanden, seitdem zweimal verloren, Leipzig und Wolfsburg glaube ich. Wird jetzt nicht leichter mit Leverkusen. Wenn der zehn von elf Spielen verloren hat, dann... Also was sollst du der Mannschaft sagen? Und da kannst du auch keinen Vorwurf machen. Es hieß ja auf Schalke, der hat die Erlaubnis zum Absteigen, aber das heißt halt nicht, dass es dann die beste Option ist, mit dem weiterzumachen. Und das wäre ja nun wirklich, das wäre die Krönung auf dieser ganzen Saison, wenn du jetzt den Mann, den du eigentlich wirklich als den Trainer der Zukunft auserkoren hast, noch schaffst, den noch in der Saison zu verbrennen, in der ja noch gar keine wichtige Arbeit hat. Ja, aber ich sage, die Gefahr ist auf jeden Fall gegeben. Ja, so wir sind. U21. Europa-Meisterschaft geht los und ich möchte dich fragen, gibt es in der U21, hat das einen anderen Vibe als Nationalmannschaft? Hat man ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl? Weil ich habe manchmal den Eindruck, dass die U21-Mannschaften innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr zu so einem verschworenen Haufen werden, wie man es bei der DFB, bei der A-Mannschaft dann nur sieht, wenn über eine längere Periode Spieler zusammenbleiben und vielspielen. Wie kommt der Eindruck? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es von euch. Von damals. Von 2009. 2009, oder? Ja, 2009. Das war, weil das war nämlich wirklich eine eingeschworene Truppe. Ja, aber dazu muss man natürlich fairerweise sagen, jede Mannschaft, oder was heißt jede Mannschaft, die erfolgreichen Mannschaften, nehmen wir jetzt mal die Weltmeisterschaft 2014 und auch die Europameisterschaft 2009, waren jeweils der Stamm der Mannschaft seit Jahren zusammen. Also wenn ich jetzt unsere Mannschaft von 2009 sehe, dann war bestimmt 50, 60 Prozent der Mannschaft, mit denen habe ich schon in der U15 zusammen gespielt und wir sind zusammen gewachsen. Ich glaube, das macht dann nochmal den wirklichen Kern einer Mannschaft aus. Und das ist bei der U14 2014 bei der Weltmeisterschaft genauso gewesen. Da waren ja allein schon 30 Prozent von der 2009er Mannschaft, außer ich. Ärgerlich, oder? Ärgerlich. Aber ja, so ist es nun mal. Aber du warst fit 2014 im Sommer? Ich war nicht fit. Ah, okay. Das Problem war, dass ich mir Ende 2013 zum Kreuzmann gewinnt habe. Da war der Kreuzmann. Und das war auch deine schwerste Vernetzung in der ganzen Karriere, oder? Ja, das Ding war, ich war eigentlich vorher schon wieder ein bisschen raus aus der Nationalmannschaft, aber ich bin ja dann zu Schalke gewechselt und bin da gut angefangen. Also da sind die Stimmen ein bisschen lauter geworden, dass ich wieder zurückkomme. Zurückkommen muss, ja. Und dann, danke Ralf, nochmal nach. Der habe ich ihm öfters vorgeworfen. Wirklich? Ja. Weil er dich zu intensiv geschliffen hat? Ralf Herrmann, also der hat mich gefoult im Training dann mehr oder weniger. Aber nein, alles gut. Alles kommt so, wie es sein soll. Wenn ich 2014 dabei gewesen wäre, hätte ich meine Frau nicht kennengelernt, hätte ich meine zwei Kinder wahrscheinlich nicht. Also alles zu seiner Zeit. Ja, okay. Aber was ich sagen wollte, auch die Mannschaft war sehr, sehr lange zusammen. Und das macht dann wirklich auch eine Mannschaft aus, keine Garantie. Aber um deine Frage zu beantworten, dass man schnell, ich sehe die jetzige U21 nicht so als, noch nicht so als verschworenen Haufen, wie wir es damals waren. Also ich muss jetzt an der Stelle ganz klar sagen, dass ich nämlich mit, die U21 hatte für mich immer eine sehr, sehr große Faszination. Und die ist aber jetzt in dem ganzen Interesse der Nationalmannschaft gesunken ist, ist das auch gesunken. Aber auf diese, dieses Jahr habe ich, ehrlich gesagt, ganz schön Bock. Ja? Ich finde, dass man, ja, ich finde, wenn ich, also alleine einfach, um Moukoko zu sehen da auch, weil der ist ja immer, ich meine, der ist wahrscheinlich der jüngste Spieler bei dem Turnier, ich weiß es gar nicht, das sage ich jetzt einfach ins Blaue. Aber das sind einfach, dass der mit 16 Jahren, übrigens, das ist nochmal was anderes, bevor wir ganz kurz, man muss mal darüber nachdenken, wir reden von Moukoko, inzwischen ja schon seit gefühlt drei Jahren, und der Typ ist 16,5 und hat drei Bundesligatore auf dem Konto in irgendwie sieben Spielen. Das heißt, der ist, der sollte nicht mal in der Nähe der Bundesliga sein. Er hat aber einfach schon drei Buden und ist komplett akzeptiert, dass dieser 16-Jährige die allererste Offensivoption zum Einwechseln ist beim BVB. Es ist einfach Wahnsinn, was wir da sehen. Wirklich Wahnsinn. Das ist auch. Also solche Leute sind auch immer getrimmt auf Statistiken, ne? Also solche, ich meine, wenn du in der Jugend siehst sowieso, vom anderen Stern, aber auch in der Bundesliga, er führt das ja fort, wenn du das auf seine Spielzeit siehst. Ja. Es gibt einfach welche, die haben das im Blut und die wissen, wo das Tor steht und wissen, da haben immer ein super Timing, zu denen gehört der, aber trotzdem, immer wenn ich seinen Namen höre, habe ich immer so ein bisschen... Am liebsten gar nicht drüber reden. Ja, väterliche... Ja. Beschützen. Genau, beschützen, weil das ist so, da sind so viele Gefahren auf dem Weg noch, die ich nicht herbeirufen will, aber die schwimmen bei mir immer mit. Eben weil er ja auch so jung ist, ne? Weil ich meine, der absolute Vollwahnsinn für mich ist immer, wenn ich mir bei sowas überlege, wir könnten in vier Jahren, in vier Jahren können wir uns hier hinsetzen, über Josefa Moukoko diskutieren und über einen aufstrebenden, jungen, deutschen Stürmer reden, der die Zukunft sein konnte, in vier Jahren. Also absoluter Wahnsinn. Die deutsche U21-Nationalmannschaft. Viele Leute sagen, es ist nicht die allerstärkste U21 dieses Jahr. Und viele Leute sagen, dass es auch andere Nationen gibt. Ich meine, wenn du dir den französischen Kader anschaust, der ist besser als die meisten A-Nationalmannschaften auf diesem Planeten. Und viele sagen, dass die Leute U21 keine Chance haben auf irgendeinen Titel. Aber solche Sachen laufen immer noch anders, Turniere, oder nicht? Und wenn man da es schafft, eine Dynamik zu entfalten als Mannschaft und vom Kern heraus, dann geht auch immer was. Ja, hundert Prozent. Das kann auch so eine jetzt erst recht Einstellung bei der Mannschaft entfachen. Aber, wobei das haben alle Nationen, das ist natürlich schwer. Die Mannschaft hat zwei Tage Vorbereitungszeit. Also wenn ich mich daran erinnere. Auch die Struktur dieses ganzen Turniers ist so seltsam. Wenn ich mich daran erinnere, was wir da für Aufwand betrieben haben vor dem Turnier und wirklich auch intensiv arbeiten. Wie lange warst du bei U21? Auch drei, vier Wochen vorher oder so? Ja, wir hatten ja ganz normale Bundesläsersaison. Dann hatten wir noch eine Woche, glaube ich, knapp, wo wir komplett mal entspannen konnten. Und dann sind wir erst zusammengekommen. Dann hatten wir ein Trainingslager und dann sind wir zum Turnier gefahren und hatten nochmal ein paar Tage. Also insgesamt weiß ich gar nicht, wie lange das war, aber viel, viel länger. Und dann kannst du natürlich auch viel, viel erarbeiten. Gut, das ist der Situation geschuldet. Und es ist schon ein bisschen ernüchternd aus deutscher Sicht, finde ich, dass diese Mannschaft insgesamt so wenig Spielzeit hat. Wenn man das jetzt mal im Vergleich mit anderen Jahren... Allein Arne Mayer als Kapitän, der jetzt Fuß fasst so langsam, aber auch... Ja, wenn ich damals gesehen habe, wer bei uns... Ich meine, Boateng, Höwedes, Hummels, Özil, Castro, das waren alles gestandene Bundesliga-Profis. Und das ist natürlich schon eine andere Nummer, weil du viel, viel mehr Erfahrung reinbringst, sowohl in guten als auch in schlechten Phasen eines Turniers. Man kann, also ich hoffe der Mannschaft, dass sie gut ins Turnier kommen, dass sie eine Art Rhythmus finden, dass sie sich durch die Spiele dann zu einem eingeschworenen Haufen entwickeln. Es ist aber, glaube ich, nicht einfach, weil andere Nationen, das sieht man ja auch an den Spielzeiten mittlerweile, die in Deutschland ihre Spiele ausbilden, damit sie besser werden. Das ist nun mal ernüchternd. Ich glaube, die Statistik ist, wir haben elf, zwölf Prozent U21-Spieler in der deutschen Liga, davon sind drei Prozent nur Deutsche. Das ist natürlich ernüchternd, aber, und das habe ich jetzt vor kurzem auch schon gesagt, es ist natürlich auch so, dass man immer ein bisschen bequem wird, wenn man so eine Weltmeisterschaft gewinnt. Jetzt haben die anderen aufgeholt. Es ist 100 Prozent passiert. Und jetzt gilt es an uns, und da ist der DFB ja schon dran, das sagen sie auch immer wieder, Dinge strukturell zu verändern, dass es in Zukunft anders aussieht. Also das ist einfach so, im Moment muss man hinnehmen und daran arbeiten, dass es in Zukunft wieder besser wird. Fürs Protokoll übrigens, wenn unsere Zuschauer das hier hören oder sehen, ist das erste Spiel schon gespielt. Wir nehmen mich am Mittwoch auf und das Spiel findet in sechs Stunden ungefähr statt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Aber, also wirklich, was in meiner Recherche am allermeisten hängen geblieben ist halt, Alter, wo in Frankreich steht diese Jahrhunderttalentfabrik? Und wer kann uns die Baupläne besorgen? Weil das ist absolut unglaublich, wen die da hinschicken. Ich weiß nicht, ohne das jetzt zu wissen, aber die Franzosen schaffen es halt, gerade die Randbezirke und die Spieler mit Migrationshintergrund in dieses Gesamtkonstrukt zu integrieren. Und das sind ja auch ganz oft die Spieler, die den Unterschied machen, auch in der A-Nationalmannschaft. Oh ja, absolut, absolut. Und da haben sie einen hervorragenden Job gemacht. War übrigens auch eine Sache, die man dem DFB lange vorwerfen konnte. Es ging ja so, also die erste Generation an Nationalspielern im Migrationshintergrund, das ging ja so in den 90er Jahren erst richtig los, das die Ersten. Und ich erinnere mich, dass auch viele, in dieser ersten, zweiten Generation zum Beispiel, haben viele türkischstämmige Spieler sich für die Türkei entschieden. Und das passiert in Frankreich ja zum Beispiel gar nicht. Die Besten, da ist es andersrum. Die Spieler entscheiden sich dann, okay, Frankreich hat nicht geklappt, jetzt gehen sie woanders hin. Und Deutschland hat zum Beispiel damals vier Talente liegen gelassen und das machen die Franzosen halt wirklich super. Ich würde halt mal gerne wissen, wie machen die das? Wie holen die die Spieler ab? Weil wir wissen alle, Kreativköpfe, egal in welchem Bereich, ob das im Fußball, auch als Unternehmer, Gründer, was auch immer, die ticken immer anders. Die Personen, Menschen, die den Unterschied machen, sind einfach anders als der Rest, sonst wären sie nicht so besonders. Wie kriegen die Spieler alle unter einen Hut und was für ein Konzept haben die hierbei? Weil in der Vergangenheit in Deutschland war es so, wenn du gegen den Strom schwimmst, ein bisschen unangenehm bist als Persönlichkeit, dann wirst du ganz schnell an den Rand gedrängt. Ich glaube, in Frankreich wird dafür mehr Luft gelassen. Ja, und das würde ich gerne, also das gilt es ja, oder ich gehe mal davon aus, dass daran auch geguckt wird, wie gehen die damit um? Wenn du dir überlegst, vielleicht ist es auch ein blödes Beispiel, wenn das so ist, dann müssen uns die Zuschauer gleich sagen. Wir sind übrigens zeitlich schon am Ende, aber wir machen noch zwei, drei Minuten. Wenn du dir überlegst, was in Frankreich in der Nationalmannschaft an so Vorfällen passiert ist, da hatten wir die Valbuena-Benzema-Geschichte, wir hatten die Ribéry-2010-Geschichte. Da passiert dafür auch mehr dann solche Sachen, die man beim DFB auf jeden Fall unterbinden will, auf gar keinen Fall. Aber auf der anderen Seite, du kriegst halt auch was von den Spielern, wenn es gut läuft. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und wie gesagt, also wenn du dir überlegst, dass in Deutschland, in der deutschen U21, Anne Mayer ist Kapitän und ein herausragendes Talent, keine Frage, aber die französische Nationalmann-U21 spielt halt mit Kammervinger und Guendouzi im Zentrum. Guendouzi übrigens genau der, der bei Hertha ganz klar gemacht hat, dass für Anne Mayer kein Platz mehr ist, als er gekommen ist. Also es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, aber wie lange die Franzosen das aufrechterhalten können, dass da wirklich jeden einen Jahrgang nach dem anderen so reinkracht. Ja, aber das ist doch wie so häufig. Das werden andere Nationen auch aufholen. 2014 dachte ich, dass Deutschland für 15 Jahre unschlagbar ist. Da habe ich einfach die EU-Nationalmannschaften durchgeschaut, zum Teil Spieler nicht mehr im Leben und nicht spielen gesehen und gesagt, super Talent. Ja und vor 2014 habe ich gedacht, die Spanier, die werden für immer und ewig voraus sein. Und dann 2014 einfach in der Vorrunde in den Zahn gezogen. So ist es. Das war es für heute. Danke, dass du am Start warst. Nächste Woche bist du in Innsbruck. Richtig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine Zuschaltung machen, weil ich habe keine Hoffnung mehr hier aufs Internet. Aber wir gucken mal und ansonsten sehen wir uns dann dementsprechend die Woche danach hoffentlich wieder. Genau. Für euch nochmal. Checkt den OneFootball Shop ab und folgt Dennis auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr auch nichts verpassen wollt aus Innsbruck. Wenn es lohnt sich. Das war es für heute. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.